Fühlst du dich gerade beneidenswert? Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die gerne mit dir tauschen würden und gerne an deiner Stelle wären? Bei dieser Frage denken wir häufig an irdische Dinge, an unseren Besitz, an unsere Finanzen, vielleicht unser gutes Aussehen, unseren Erfolg oder unser Familienglück. Aber sind wir als Christen beneidenswert? Im Alten Testament habe ich eine interessante Begebenheit gefunden und zwar im ersten Buch der Könige im zehnten Kapitel. Dort wird uns der Besuch beschrieben von der Königin von Saba. Sie kommt nach Jerusalem, um den König Salomo zu sehen. Und wir steigen mal ein in diese Geschichte und lesen gemeinsam 1. Könige 10, die Verse 4 und 5. Und hier heißt es, als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomo sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise auf seinem Tisch und die Wohnung seiner Knechte und das Auftreten seiner Dienerschaft und ihre Kleidung, auch seine Mundschenken und auch die Brandopfer, die er im Haus des Herrn darbrachte, da geriet sie außer sich vor Staunen. Ich bin überzeugt, diese Frau war nicht einfach zu beeindrucken. Sie war ja selber viel Herrlichkeit, viel Ruhm, viel Pracht gewöhnt. Die Bibel verrät uns nicht ihr Privatvermögen, aber wir wissen, was sie als Gastgeschenk mitgebracht hat. 120 Talente Gold, viele Gewürze, Edelsteine und das gibt uns ja so eine kleine Ahnung davon, wie viel Reichtum sie selber besaß. Aber als sie die Herrlichkeit, die Pracht und auch die Weisheit Salomos sieht, da kommt sie aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Sie lobt und preist den König und interessanterweise spricht sie auch über die Menschen, die am Hof des Königs leben. In Vers 8 sagt sie, glücklich sind deine Leute, glücklich diese deine Knechte, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. In der Menge Bibel wird hier übersetzt mit beneidenswert. Beneidenswert sind deine Leute. Und der König Salomo war ein König mit viel Herrlichkeit. Er war ein weiser König, ein Friedenskönig und damit ist er auch ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus Christus. Was können wir daraus lernen? Als erstes beneidenswert, wer zu ihm gehört. Beneidenswert, wer zu ihm gehört. Und in Vers 8 heißt es ja, beneidenswert sind deine Leute. Also hier geht es um ein Beziehungsverhältnis. Diejenigen, die hier angesprochen werden, die waren dem König nicht fremd, sondern sie standen in einer Beziehung zu ihm. Es waren seine Leute. Wir als Christen, ganz egal, ob wir viele oder wenige irdische Güter haben, wir sind immer beneidenswert, weil wir in einer Beziehung zum König der Könige stehen. Wir sind dem ewigen Gott nicht mehr fremd. Paulus drückt es so aus in Epheser 2, Vers 19. Epheser 2, Vers 19. Und da sagt er, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerricht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Du bist beneidenswert, weil du in einer Beziehung stehst zum Vater und zum Sohn. Durch das Evangelium stehst du in der Beziehung zu Gott. Du bist beneidenswert, weil du zu seinen Leuten gehörst. Als zweites können wir lernen, beneidenswert, wer ihm dienen darf. Und auch das betont ja die Königin von Saba. Beneidenswert sind deine Knechte. Und hier geht es ja um ein Autoritätsverhältnis. Ein Knecht untersteht dem König und hat die Aufgabe, ihm zu dienen. Ein Knecht ist dem König zum Gehorsam und zur Treue verpflichtet. Und es ist eine Ehre, einem König dienen zu dürfen. Butler an einem großen Königshaus wird man nicht einfach so. Da gibt es ein Auswahlverfahren, es gibt ein Ausbildungsverfahren. Und derjenige, der würdig geachtet wird, der königlichen Familie zu dienen, der darf stolz sein. Wie viel mehr sind wir Christen beneidenswert, dass wir dem König, der Könige dienen dürfen? Wir stehen im Dienst und der Nachfolge des Herrn Jesus. Paulus drückt dieses Privileg, dieses Vorrecht im ersten Timotheusbrief aus, in 1. Timotheus 1, Vers 12. Und da sagt er, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Diese Haltung geht uns im Alltag leider oft verloren. Schnell wird uns die die Nachfolge und der Dienst für den Herrn Jesus zur Last zum Ich-muss-ja. Aber dem Herrn Jesus zu dienen ist ein Vorrecht. Er hat dich würdig erachtet, ihm zu dienen, ihm zu folgen. Lebe dieses Vorrecht. Für die Königin von Saba war der Besuch beim König Salomo ein Event. Es war eine einmalige Reise und schon bald würde die Heimreise anstehen. Und sie preist die Leute und die Knechte am Hof Salomos glücklich oder beneidenswert, weil sie alle Zeit den König sehen und hören dürfen. Die Knechte am Königshof haben das Vorrecht, den König täglich zu sehen. Als Drittes können wir lernen, beneidenswert, wer ihn sehen und hören darf. Und wir als Christen sind beneidenswert, weil wir täglich Audienz beim König der Könige, beim Herrn Jesus haben dürfen. Besonders im Bibellesen, im Gebet, dürfen wir dem Herrn Jesus begegnen. Wir dürfen täglich seine Herrlichkeit und seine Weisheit sehen. Paulus bringt es im zweiten Korintherbrief zum Ausdruck, in 2. Korinther 3, Vers 18. Und hier sagt er, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir dürfen Jesus sehen. Durch diesen Blick auf ihn werden wir verwandelt. Wir dürfen in seinem Wort forschen und sein Wort, die Bibel, gibt uns Orientierung. Sie gibt uns neuen Mut. Sie tröstet uns und wir finden in ihr auch Korrektur. Durch die Bibel haben wir das Vorrecht, dass wir vom Herrn geleitet werden, dass wir Ratschläge bekommen, Anweisungen, wie wir unser Leben gut gestalten können. Wie geht es dir mit diesem Vorrecht? Ist das Bibellesen, das Gebet für dich eine Freude, ein Privileg oder ist es dir zur Last geworden? Und vielleicht hast du das Bibellesen, das Gebet schon ganz zur Seite gelegt. Lass dich daran erinnern, du bist beneidenswert, weil du zu Jesus gehörst. Du bist beneidenswert, weil du Jesus dienen darfst. Und du bist beneidenswert, weil du ihn jeden Tag sehen und hören darfst. Lebe dieses Vorrecht aus.